Hey, schau mal, ist das nicht ein Ball? Jetzt gleich! Spongebob Schwammkopf bei Toons. Nick Toons richtet das Spongebob-Licht auf vier der besten Kumpel des Bottoms. Macht euch bereit für... ... ist mein Kollege schrägstrich bester Kumpel Tadeus. Musterfahrer, künstlerisches Genie. Ausgebuffter Schnüffler und musikalisches Wunderkind. Trefft Tentakel und seine Bottom-Kumpel dieses Wochenende um 12 auf Toons. Jetzt Spongebob Schwammkopf bei Toons. Alles klar, Kinder?